und meine höhere bildung angehen aber wenn ich ehrlich bin ich habe jetzt gerade die bock den typen dazu schnitzeln ich hoffe dass ich das jetzt hinkriege er sollte jetzt ein bisschen weg weit weg ich will eigentlich gerne mal auch einmal diesen außenseiter schnitzeln will ich irgendwann haben den typen hier haben wir noch die ganzen leichen liegen von den typen die wir da der letzten folge geholt haben dann irgendwann doch wie gesagt das war richtig dass ich mich mal rausgezogen habe gerade aus der nummer bevor das schmied da möchte ich ganz kurz noch mal hallo sagen ob es nur der südmauer ok wo ist denn der schmied jetzt hin da weil ich kurz meine sichel aufbauen will ich kann nämlich jetzt die ganzen waffen die ich von den typen geholt habe mal kurz eben so aufrüsten die bäsch ach so bluten bei treffer ah ja ok das erklärt warum die warum hier nur mal umfallen wenn die nämlich getroffen werden mit dem ding so jetzt haben wir da mal kurz für so zu sagen ich will noch mal schnitzel ich bin jetzt aber ich kann fähigkeitsprodukte fähigkeitsausrüstung machen da haben wir denn überhaupt einen die brandbombe da muss ich jetzt welche kaufen das wahrscheinlich die kann ich wahrscheinlich am schmied kaufen ich habe gerade keine kraft auf und ich möchte gerade auch gerne machen weil ich möchte wie gesagt eigentlich gerne an den flakita schneider war mal kurz im schützeln das ist zumindest mal der gedanke dahinter natürlich müssen wir also mal dahin reitet der auf mich zu kann das sein ne eigentlich sieht das nämlich nicht so aus aber du ja jetzt bin ich wieder bis heute weg aber der ist wahrscheinlich wieder weg gelaufen da wäre ein schmied dann wenn wir mal kurz mit dem schmied gehen und mal schauen ob wir brandbomben wollen ob wir das können jetzt kaufen auffüllen wo kann ich dann brandbomben mehr ja das habe ich ja zwar nicht gemeint aber das habe ich jetzt gespielt jetzt habe ich beim drücken gesehen dass die noch nicht flach eingeschaltet ist auch für mit 23 also die ist total toll dass ich jetzt das hat die jetzt auf der anderen seite wahrscheinlich ja ja angeblich arbeitet der sogar an der ecke klar jetzt hat sich jetzt ein bisschen abgefuckt weil jetzt gerade schön weil ich muss runter vom pferd vom pferd ja ja für lack ist es immer mehr das ist mir schon klar aber ich glaube der weiß bis in senno dass das ist dass das senno ist das heißt er frage ich wie weit ist sieht er mich oder sieht er mich nicht die frage ist wie rum steht der du stehst so rum scheiße die ohren gehören mir scheiße natürlich natürlich ich hatte ihn fast so ein bisschen erger, aber der ist jetzt wieder weg der ist jetzt irgendwo wieder reingezogen wenn ich das im Gebiet wieder mich verpisse dann bin ich wieder, ist er wieder da scheiße jetzt ist er wieder da ich vermute, der wird wahrscheinlich wieder volle Power haben meine Fresse, du alter, gehst du mir auf dem Senkel ich bin Wie schnell bist du mit deinem scheiß Schwert? Alter, wie schnell bist du mit deinem kack Schwert? Das kann doch nicht wahr sein. Ich war, ich bin Level 21, aber das kann doch nicht sein, wie schnell der Typ einfach ist mit seinem Dreck Schwert. Ja, 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 da muss man jetzt gerade ein bisschen verpissen hier. Scheiße. Ja, das kann doch nicht sein, wie schnell bist du einfach. Du kriegst vier Stegen auf einmal, Rutsch oder das? Ja, mei, ey. Dann schütze ich dich halt nochmal. Wie schnell ist er mit deinem kack Schwert, Alter? Boah, alte Verwalter, ey. Wie schnell ist der mit deinem kack Schwert, Alter? Hi da. Geh. Geh. Heheheh. Geh. Geh. hab dich ich habe nein das ist nicht wahr ich hab den halbvoll weg gehabt nein 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 ich weiß nicht wie wird er jetzt hoch ist wird jetzt wieder runter geht ich kriege ich den in einem rutsch noch mal weil ich kann wenn ich weiß ich werde jetzt ich hätte ihn so gern mitgenommen ist er denn überhaupt setzt sich komplett verpisst oder was was ist denn der hin ich muss jetzt mal gucken dass ich rauskomme aus dem gebiet wahrscheinlich ich weiß nicht wie wird er jetzt ist er denn hin tot ist er ja leider nicht das ist das problem ich habe mir aber relativ gut runter gekriegt der hälfte hallo ich glaube ich darf sich hier darf sich schnell reisen ich muss den glaube ich jetzt eher auf spüren ich darf welche schnell reisen ist der glaube ich wieder respawn also wieder volle energie ich glaube ich den jetzt nämlich aufsuchen finde ist er denn hin ja hier war wie weit ist der unter wie weit ist der unter das ist das problem bei der sache er wird natürlich immer wieder hier bleiben doch wenn du dass du mindestens die hälfte hast wenn du dich werdet ihr den rest geben das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd ja genau man ich will den typen doch irgendwann einmal nur platt machen der geht mir so auf jetzt gerade so ein bisschen der wird euch jetzt wieder angeritten kommen jetzt schille ich mal hier gerade so ein bisschen ja ja schon klar aber wie gesagt ich weiß nicht wie weit der jetzt auf wie weit der jetzt down ist so jetzt warte ich mal kurz unten weil der wird wahrscheinlich wieder da ja ja hab dich ja ja mit der scheiß schild geht dem immerhin drei wir ja 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 Was ist das? Ja, ich hab' ihn! Endlich! Ich geh' mir auf den Senkel! Oh, jetzt haben wir ihn! Flacke besiegt! Boah, alter Verwalter! Er bezeichnet sich als Magi. Wird gesucht wegen Verbrechen gegen die Herrschaft unseres glorreichen Pharao. So. So, dich hab' ich jetzt gestört. Hey! Hey! Hey, was? Stirb, du Sau! So, der ist weg! So, du bist weg. So, jetzt muss ich den Typen dann noch töten. Alter, komm, sag mal her jetzt! Mein Gott! Irgendwann ist auch mal gut! Oh, ey! Was für einen Scheiß, ey! Boah, ich bin froh, dass ich den jetzt hab' endlich, den Typen! Ah, bin ich froh, dass ich den Philakita jetzt hab' den einen, den Außenseiter! Ist das der? Ne, das ist irgendein Typ, ne? Naja, egal! Der Außenseiter ist jedenfalls tot! Fehlt nur noch der... Jetzt kann man nämlich auf die... das Schwert bitte hin, von ihm! Legitär einfach das Schwert! So, Distanzhäufe! Das haben wir natürlich nicht jetzt gerade aus der Frechheit, obwohl ich den Schild bin! Brauchen wir nicht! Boah, ich bin froh, dass ich das Schwert... ist das Schwert von ihm gewissen? Ja, ne? Ja, geil! Cool! Endlich! 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 Das ist der hier, ne? Ja! Das ist der Typ! Gibt's hier irgendwo ein Feuer oder so, wo ich den reinwerfen kann? Keine Ahnung! Ne, aber Wasser! Vielleicht Krokodile oder so! Ja! Soll mir persönlich recht sein, dass die jetzt irgendwelche Krokodile jetzt sind, fressen? Ja! 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 Das ist der Typ! Ja! 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 Dann ist das ganz schön! Ich gehe mir alles mit, danke! so bedrohung ausgeschlossen da ist er aber jetzt bin ich mit dem team noch ein bisschen drauf ja so viel ärger hast du mir gemacht so viel ärger hast du mir gemacht das war das letzte mal ich kann aber der war ein bisschen verpackt gerade weil er nämlich nichts machen konnte soll mir aber persönlich recht sein und er hat ja nämlich weg ist oder habe ich das vor dass er weg ist ich weiß gar nicht wo der andere kollege von den umschleicht also ich weiß dass es denn also mit level 23 24 irgendwie packen können gut ich hab mal raus für heute wir sehen uns in der nächsten folge wieder morgen zwölf wenn es weitergeht und dann müssen wir mal gucken was wir machen ich reise mal kurz zurück nach links aber wie gesagt eigentlich sollte der für lakita jetzt der sollte eigentlich jetzt keine ärger ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich habe diese wiesbohr und jetzt weiß den welchen steuerreisen aber eigentlich ist der tod da sollte eigentlich nichts machen so also es würde mich schwer wundern denn der kollege jetzt einmal wiesbohr und hier wäre noch neben fest aber sogar flakita im auge ziele aber quest nur so eine miniere die für lak ist ja das ist aber jetzt gerade erst mal sind die 40er na gut egal wir machen in der nächsten folge weiter und dann würde ich mal sagen will ich raus wir haben es wie gesagt heute geschaffen und schon außerhalb dazu töten das war einmal so mit zwei dreimal echt ziemlich geärgert hat aber jetzt habe ich meine und ich habe so ein schwert na gut ich bin raus bis dahin tschüss